das ist mein neuer schnauzbart nun mein neues profilbild findet reglichen anklang bei euch ich frage mich bloß warum so was von altmodisch also nein das kann es überhaupt nicht sein oh scheiße andy du siehst so alt aus wenn diese reaktion nicht geil sind alles ist mal aus der mode aber nach spätestens 20 30 40 100 jahren kommt es wieder ganz bestimmt ich warte noch immer auf die schulter bolzern aber mein mustache also mein schnauzbart ist was besonderes und das trage nur ich heute nur ich okay also es tut mir leid wenn manche leute jetzt irgendwie schockiert von mir sind oder etwas dergleichen mir war einfach langweilig heute morgen ich wollte mal anders aussehen ein kleines bisschen in richtung lesbe gehen naja warum nicht ich man muss ja alles mal ausprobieren also stil richtungen jetzt nicht unbedingt sexualitäten ja ich denke es ist mir nicht gelungen aber ich stehe auf meiner mustache and i guess that's me ja und jetzt habe ich endlich ein neues profilbild das irgendwie mal anders ist anders als jambon der bart macht definitiv